Pazifischer Ozean, 200 Seemeilen vor Hawaii. Aufklärer umkreisen einen japanischen Flottenverband, auf dessen Flugzeugträgern das größte Abenteuer des Zweiten Weltkrieges seinen Anfang nimmt. Der Überfall auf Pearl Harbor. Piloten, die nicht mit einer Rückkehr rechnen, klettern in ihre Cockpits und starten gegen den Feind. 22, 23, jetzt! Mit tollkühnen Angriffen in Baumhöhe und aus Felsschluchten heraus überraschen sie die Amerikaner und vernichten einen großen Teil ihrer Flotte. Mit einem Paukenschlag hat Japan den Krieg im Pazifik begonnen. Eine tödliche Herausforderung an die Amerikaner. Funkspruch an Admiral, Sie kennen den Code für Erfolg. Tura, 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 ja! Flotten-Chef! Admiral? Ihr Einverständnis vorausgesetzt, werde ich Befehl zum Angriff geben. Es gibt für uns nur noch eine Chance. Wir müssen sofort Ihre Flugzeugträger angreifen. Aber der Gegner schlägt erbarmungslos zurück. Da es den Japanern nicht gelingt, die amerikanischen Flugzeugträger auszuschalten, werden sie nun von Jägern zu Gejagten. Bansai, Bansai. Piloten des Teufels. Ein dramatischer Report aus der Hölle Pazifik. Das Protokoll einer gnadenlosen Schlacht. Ein Kriegsfilm großen Formats. Bansai, Bansai. Piloten des Teufels. Ein Film, in dem sich großer Aufwand, großartige Darstellung, und eine dramatische Geschichte zu einem überwältigenden Erlebnis verbinden.